Letta Lowell Okay, die guckt doch böse. Geht sie irgendwie noch weiter runter? Ja, okay. Auf den Docks hier. Na gut. Hallo. EP werde ich jetzt gerne kriegen. Die gibt mir jetzt erstmal eine Quest. So. Okay, ich möchte nichts kaufen. Ich möchte dir irgendwie helfen. So. So. Was? In the moment nothing signs the things comes Explosion. Okay. Okay, die wollen mit der Welt handeln. Ja. Hat echt viel zu sagen. So. Er hat Maschinen in den Minen. So. Okay. Okay. Ich soll jemandem helfen. Oder suchen. Und der war letztes Mal in den Wastelands gesehen. Der Bauer. Okay. Okay. Äh. Dann muss ich jetzt zu den Wastelands. Aber ich habe keinen. Ich möchte mal kurz neu einloggen. Hier ist irgendwas gerade verpackt. Hier steht was rum. Hier steht was rum. Was oder wer. Ja. Old Builder. Ich würde schätzen das ist der vom Buch. Speak. Speak. Acid Mining Camp. Speak with. Ist immer falsch. Hier sind wir. Speak with the Old Builder. Ey. Was machst denn du hier? Sieht ein bisschen aus wie Bill Cosby, ne? Jo Digga. Du bist ja völlig falsch. Jo Digga. Du bist ja auch völlig falsch. Oh. Quest completed. We turn to. Okay. Der bleibt wohl jetzt hier stehen und erfreut. Er hat mir bloß jetzt die Baupläne gegeben. Bleibt aber hier oder was? Da freue ich mich aber. So. Äh. So. Dann complete return to. Blablabla. Build Docks inside. Okay. Gut das du mir gegeben hast. Dankeschön. So. Da bin ich jetzt wieder bei dem komischen Hafen. Oh. Noch eine Kastanie mitnehmen. So. Ich habe den alten Typen ja vorhin schon gefunden. Jetzt kann ich die Quest ja nicht abgeben. Mal gucken was als nächstes für ein Blödsinn kommt. Hallo. Ich habe vergessen die Klasse. Ich habe mir vorhin schon gesagt bevor ich rangehe. Klasse wechseln. So ich gehe die EP bestimmt schon. Natürlich Pinecon. Ich habe die Quest. Scheiße. Noch etwas anderes wie Pinecon. Pinecon. Nachrichten ein bisschen langsam. Oder könnte ein bisschen kumulieren. Pinecon. Pinecon. Ey Spiel. Was geht mit dir? Ja. Ich mache jetzt einfach mal weiter. So. Coming and digging her up. Pine trees. Okay. We can begin building the crane. Achso. Jetzt erklärts ja warum hier noch Pinecon rumliegen. Aber keine Bäume dazu. Weil die wurden schon weggeholzt dafür hier. Crane. Construction. Timeline. Wir brauchen einen Gran. Have strong. feel. Ähm. Ähm. Okay. Jetzt muss ich Sachen sammeln, die gebraucht werden. Äh, Highsteppe. Okay. Gucken wir mal. Wir brauchen einen Kranhaken, Krangier, ein langes Seil und ein Schmiedehammer. Und das Schönste ist, das finden wir in Highsteppe. Also, in dem Lager drin. Eins davon kenne ich schon, die anderen muss ich finden. Gut. Und zurück. Ich gehe extra hierher von dem Lager, um mich dann gleich wieder weg zu porten. Aber so ist das Spiel halt. Gut, dann suchen wir mal. So, ihr müsst nämlich wissen, die Sachen fallen gar nicht weitestgehend auf. Das ist auch bloß, weil ich es vorher gehört habe. So, ihr seht diesen riesigen Angelhaken hier. Auch wenn man die Quest nicht hat und rangeht, wird die Hand gelb. Es könnte man den nehmen. Den kann man auch nehmen. Jetzt werdet ihr gleich sehen, was für eine Megakraft der Typ hat. So, ne? Wow. Und dann. Da muss man erstmal drauf kommen, ne? Das Ding ist ja wirklich ein riesiger Angelhaken. Was ist eigentlich das Ding hier? Teleport. Ritual. Braucht kein Schwein. Gut, mal gucken, ob ich die anderen Sachen noch finde. Hm, hier kann ich mir nichts nehmen. Hier ist ein Zahnrad. Warte mal. Ah. Das ist ja mal, ähm, ja. Grain Gear. Und das ist mal mega gemein. Versteckt in den Fässern da drunter. Gut, jetzt haben wir schon mal zwei. Was brauche ich jetzt noch? Ein Seil und ein Hammer. Nein. Guck mal weiter. Hier ist der Player Shop. So, hier ist ein Hammer. Ich gehe davon aus, das könnte da sein. Nein, da ist Deko. Ne, ist er nicht. Hm. Das wäre es jetzt gewesen. Nein, das war er. Jetzt fehlt bloß noch das Seil. Guck mal, ob ich das auch noch irgendwo hier finde. Bist du ein Seil? Yay. Das sieht zwar gar nicht wirklich aus wie ein Seil. Mit viel Fantasie. Gibt es ja nicht. Joa. Nice. Und wieder zurück. Hier holt dich ein paar Sorgen. Äh. So, da bin ich wieder. Jetzt tue ich mich mal umbauen hier. Und ich habe den ganzen Scheiß aus dem Dorf geklaut. Nur für dich. Ich hoffe, du bist glücklich drüber, dass ich jetzt ein Dieb bin. Oh, level up. Wow, tausend dran. So. So. What kind of plants and herbs and trade. Was für ein herb. Bring me back one of each herb and all you can find in the wastelands. Ah, okay. Na dann. Muss ich wohl mal in die wastelands und den ganzen Blödsinn einsammeln. Oh. Na ja, dann auf zu den wastelands. So. Ich habe endlich mal die wastelands wieder gefunden. Jetzt muss ich alles einsammeln hier. Es gibt zwei Blumen. Drei Blumen. Und zwei Erze. So. Mal gucken, ob ich möglichst kampflos alles einsammeln kann. Die Bären tun mir nichts. Aber Glütriol brauche ich wohl nicht, oder? Oh, nee. Two good Dingsbums. Ah, okay. Okay. Weeping Grotto. Habe ich schon. Dingsbums. Das brauche ich noch. Blut Maces. Ich gucke, ob ich da irgendwie rankomme, um das Fresse zu kriegen. Und da. Uh. Ich habe es geschafft, ohne Akku zu ziehen. Geschafft. Sieht halt so aus. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Deswegen habe ich halt Dillipflanze getauft. Boah. Und jetzt haben wir noch Rohstoffe. Also hier Erze aus Höhlen. Gut. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier in diese komische Höhle rein. Die irgendwie komischen Untergrund hat wie draußen. Ah, das sind Erze. Und schwache Gegner. Gut. Probieren wir mal den ganzen Spaß. Schon mitkommen hier. Okay. Ist gewertet. Jetzt brauche ich noch ein Kü-Tri-Li-O-Lol. Habe ich das nur mit. So, wie sieht es aus? Ah, jetzt. Das Kü-Tral-Trio war ja das blaue Zeusch. Genau. Gut. Nightstier und Kü-Tral-Tri-Trio. Habe ich jetzt. Dann kann ich die Quests wieder abgeben gehen. Yay.